Eine junge Frau mit Schachmotiv im Gesicht und Fähnchen im Haar nimmt an einer Rallye teil, die von einem College durchgeführt wird, um auf die 44. Schach-Olympiade in Chennai aufmerksam zu machen. Foto, deutsche Presseagentur SRI Loughanathan. Neu-Delhi Die Begeisterung in der indischen Stadt Chennai ist nicht erst seit der Schach-Olympiade spürbar, an vielen Orten finden sich Schach-Akademien und Verbände, Schach-Produkthersteller und Verkäufer. Die wohl Schach-verrücktesste Stadt der Welt, die südindische Metropole Chennai, ist Gastgeber der 44. Schach-Olympiade. Ursprünglich sollte die Veranstaltung in Russland stattfinden, aber der Dachverband Federation Internationale des Echeks, FIDE, entschied sich angesichts des russischen Angriffskrieges dagegen. Nun findet die Olympiade bis zum 10. August in und um Chennai statt, zum ersten Mal überhaupt in Indien.